Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Beyond Two Souls. Zusammen mit Let's Cody. Hallo. Ich bin Sintra Steam, wie sie im Forscherbild schon irgendwie am Weinen ist. Ich weiß nicht, wo der letzte Speichertpunkt nach der Folge war. Ich weiß noch nicht genau, wo der speichert. Schauen wir mal. Okay, immer in diesem Ding. Die erste Besprechung. In der letzten Folge haben wir uns an ein paar Teenager gerechnet, die gerecht, die wir uns eingesperrt haben, weil wir uncool sind, unsere Kräfte nicht zeigen wollten. Der Typ, der sich an uns ranmachen wollte, ich erkläre es gerade nebenbei, der Typ, der sich an uns ranmachen wollte, hat mich nicht geküsst, sind nicht darauf eingegangen, deswegen hat er sich gegen uns gestellt mit den anderen, haben sie uns unter der Treppe, Amerikaner anscheinend so ein kleines... Ja, da wo Harry Potter wohnt. Genau. Haben sie uns eingesperrt und haben wir Aiden eingesetzt, um uns zu rächen. Hätten das Haus abbringen können. Keine Ahnung, warum ich es übersehen habe. Hätts gern getan. Habe schon mich entschieden, den dunklen Weg zu gehen. Oh, wir sind Aiden! Wait! Stopp! 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 Nein! Ich habe das auf Englisch eingestellt. Was soll das Shit? Achso. Sprache, Englisch. Untertitel Deutsch. Menü Deutsch. Bestätigen. 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 Ich bin zurück! Ach, okay. Weiter. Okay. Genau. Ich muss meine Maus bewegen, zum Beispiel, wenn wir durch eine Tür gehen wollen, links klicken und nach vorne ziehen. Ich kann mit Sachen interagieren, halt mit links klicken und dementsprechend ziehen. Die Ansicht haben wir mit Aiden. Aiden, im Deutschen. Sie sehen schon die Punkte, mit dem wir interagieren können. Wenn ich jetzt links klicken, drücke, muss ich nach unten ziehen. Und dann kann ich... Stopp! Ich bin in deinem Kopf. Wir sind in deinem Problem, also klicke es aus! Genau. Damit kann ich auch zum Beispiel Sachen umwerfen. Okay. Ich kann nicht bis jetzt von ihr ergreifen. Mit Tab komme ich wieder zurück zu ihr. Okay. Links klicken nach unten, links klicken nach links. Okay. Egal, Aiden! Wuhu! Erstmal schauen, was da abgeht. Jody, he's waiting for you. Mir egal! Ey, ich weiß nicht, ob das unser Vater ist oder nicht übrigens. Er hat uns zur Feier gefahren und das Schätz hier gedauert. Ich bin mir dich sicher. Im Game würdest mich nicht wundern. Okay, ich kann nirgends bis jetzt zergreifen und nichts machen mit Aiden. Wir haben auch schon gelernt, da waren wir dann erwachsen. Das war so ein Zeitsprung. Wenn Aiden zu weit weg ist, bekommen wir Nasenblut und Kopfschmerzen und die ganzen Shit. Oh, cool. Oh Gott, die Kamera, Alter. Hallo, Jody. Komm her. Sein Mund sieht immer so lächelnd aus. Ich vertraue ihm irgendwie nicht. Das ist nicht unser Vater. Achso, wir spielen jetzt noch weiter vorne. Okay, ist nicht unser Vater. Und Aiden, ne? Okay, weiter kann ich mich nicht bewegen. Kann Aiden was machen? Okay, nein. Ich finde es schön, dass wir immer auf Aiden zurückgreifen. Oh, oh, oh. Er ist schuld, dass wir so gemobbt wurden auf der Feier. Er hat das Geschenk ausgesucht worden. Ein uraltes, ähm... Ach, shit, wie hieß der Typ? Edgar Allen Poe, 50 Jahre altes Buch, Alter. Schenkst du mal so eine 18-jährige Küffersäuferin-Dramatine, Alter. Okay, der Stuhl. Oh, er hat Familie. Wie soll ich von dem? Okay, ne. Die sieht so viel älter aus. Oh, die ist nicht cool. Oder wir sehen einfach nur jung aus. Touché. Oh, gerne. In der ersten Folge hätten wir uns auch sehr anstrengend. Hast du die gesehen, glaube ich, im Raum? Mhm. Oh, ich hab's einfach gemobbt für sie. Wie... ...die Dinge, die rund um dich passieren. Right, Joni? Die Übersetzung ist nicht mehr geil, äh... Diesmal sind wir ein bisschen anstrengender. Oh, ich wollte Weiß nicht machen. Hab mich verpickt. Ha, ha, ha. Ha, scheiße. Bin mir nicht sicher, ob ich so ein Freund habe. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Weiß ich gar nicht. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hast du so einen Freund? Nee. Mal lange mit dir. Ja. Nee, wir haben Weiß nicht gesagt. Ja, so... Ja, weiß ich. Ist er ein Ghost? Keine Ahnung! Vielleicht ist es auch Jesus. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich weiß es nicht. Ha, 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 ha. Warte, war es jetzt nein? Ach, Mann, ihr habt mich wieder verklickt. Das war ja bloß ja oder weiß nicht. Kannst du ihn für mich malen? Ja. Ja. Ich hab gesehen, wie aussieht. Ja, mit... Bitte, bitte. Ich hab, ich hab, ich hab fucking das neben 1 gedrückt, was auch immer das für eine Taste ist. Weil ich die Finger schon drauf hatte. Auf 1, 2, 3... Ich hab 1, 2, 3 und 4 zur Verfügung. Leg mal die Finger drauf. Drück erstmal 1, obwohl ich 3 drücken will. Dann bin ich wieder am Start hier. Die Tochter sieht aus... Ah, ah, okay. Äh, oben? Ja. Ich bin so gespannt, wie Aiden aussieht. Aiden. Aiden. Ich weiß nicht, ob ich den... Oh ja. Nein. Links, klick, rechts. Was denn? Links, klick, rechts. Links, klick, rechts. Ah. Oh Gott, der ist sensibel. Wenn ich links, klick, drücke und bloß ein kleines... Das ist stressig! In der zweiten Folge musste ich's machen. Äh... Gleichzeitig F und 1, dann auf einmal gleichzeitig F und 2 und dann L. Das war richtig anstrengend. Mind if I take a look? Nein, deswegen haben wir sie hingelegt. Ich finde... Ich finde... Ich finde, der geht aber ganz schön professionell... Prozessionell... Bäh... Kicken, Alter. Prozessionell, Frau. So... This thing is your friend. And he's connected... Hey, ganz klar, Jesus! Ja. Er ist immer hier. Er ist immer hier. Er ist immer hier. Natürlich ist er da. Er ist unser Freund. Kannst du ihm etwas sagen? Oh ja! Natürlich mein... Bester! Ende! Tab! Wuh! Okay. Wir haben den Schrank, die Kommode, die Bücher, den PC, den... Was ist das? Drucker? Drucker Papier? Drucker Papier, oder? Same. Ja. Seine... Kommunikationssystem mit den alliierten Streitkräften haben wir hier. Aber leider nicht das Müll mit seiner Frau. Okay, nehmen wir die PC. Ist hier gerade kaputt gegangen. Alter, das ist jetzt so ein komisches Kind. Tell ihm, was zu tun, und es passiert. Und... Im englischen auch einen. Okay. Vielleicht ist es echt im Mittewund. Ey, sonst muss ich das nicht sagen. Oh! Oh! Nein. Das war sie selbst. Was? Oh Gott! Das war ja doch... Ich würde immer schlimmer hier mit dir. Also von dem Monster wusste ich nicht. Welche Monster? Ihre Monster. Ey, man springt halt so... Ich erst dachte ich, wenn ich es so mache, so wie jetzt, und jeden nach dem Dingern. Aber das waren jetzt gerade mal 10 Minuten es wert. Die Zeit... Das waren 10 Minuten? 9 Minuten. 9 Minuten 10 Sekunden. Einmal waren es nur irgendwie... 9 Minuten. Dann dachte ich, ich mache nochmal eins. Dann war die Folge schon bei 25 Minuten. Und die letzte Woche habe ich, glaube ich, bei 13 beendet. Also es ist halt leider unterschiedlich. Deswegen kann ich nicht nach dem vorgehen. Ja, klar. Äh, Aiden... Ja, bei Suserellen genauso. Ja, genau. Äh, hat die jetzt Aiden oder Aiden gesagt? Aiden, oder? Ich habe Aiden verstanden. Ich habe Aiden verstanden. Ich habe Aiden verstanden. Aidens Kräfte gezeigt. Okay, man hätte nicht zeichnen können und man hätte nicht die Kräfte zeichnen können. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Das ist halt wie über... In der ersten Folge war ich bei dem, äh, bei dem Endscreen hier ein bisschen verwirrt. Weil ich nicht verstanden habe, dass es zwei Dinge sind. Zwei Auswahlmöglichkeiten, ne? Ja. Es gibt immer unterschiedliche Wege, wo man machen kann. Ja. In der letzten Folge waren es vier. Äh, die Kräfte zeigen ja, nein. Mit dem Typen irgendwie küssen ja, nein. Ja, das habe ich beim ersten nicht verstanden. Das habe ich beim ersten nicht verstanden. Deswegen war ich dann so verwirrt. Wegen 66 und keine auch irgendwie 81. Ich habe mir gedacht, hm, das sind jetzt aber nicht 100. Ja, das ist bloß die Entscheidung. Das finde ich aber cool, dass man die Entscheidung des Spielers sieht. Wie viel das gemacht haben, wie viel nicht. Ja, das war ja bei... Das war ja bei... Das war ja bei... Das war ja bei... 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 Walking Dead auch. Ja. Ja, stimmt. Aber da hatten wir es erst ganz am Ende, oder? Aber... Am Ende von jeder Episode? Nee. Gar... Nee. Nicht am Ende jeder Episode. Echt nicht? Oder? Nee, es war doch ganz am Ende. Ganz am Ende, mit welcher Gruppe wir überlebt haben, oder? Ich weiß nicht. Ich muss nachschauen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber 24% haben die Kräfte nicht gezeigt. Und 19%... Nee, 24% haben ihn nicht gezeichnet. Und 19% haben ihn nicht gezeigt. Okay. Okay, cool. Wir gehen immer mit dem... Wir gehen immer mit dem Strom. Stimmt eigentlich. Wir kommen bei der CIA... CIA?! Wo sind wir jetzt? Achso, da. Heißt das dann... Heißt das dann das nächste wäre die Botschaft? Nee, Botschaft waren wir schon. Okay, ich bin verwirrt. Wir sind jetzt sozusagen bei... Ich sag mal Kapitel 7. Alles, was jetzt dasteht, waren wir schon. Und das, wo... Heller dasteht und größer, das ist das, was wir machen. Okay. Okay, der Zeitschall hat mich verwirrt. Oh, wir sind älter. Wir sind älter. Wir sind älter. Okay. Folge 2 war nämlich glaube ich schon mit der CIA. Ich glaube, du musst die anderen Folgen nachholen, weil das sind so viele Zeitsprünge. Mhm. Es ist schrecklich. Oh Gott! Jetzt haben wir jetzt wieder kurze Haare. Wir haben äh... Ah ja, die erste... Oh Gott! Come on, Holmes! Keep up! Holmes? Ist das plötzlich mit Sherlock Holmes oder was? Was muss ich drücken? Es steht nix da! Die Maustaste. Höch da. Wo denn? Rechts oben! Ach, rechts oben? Jetzt? Was jetzt? Hä? Alter, es sind zu viele Tasten. Ich komm nicht klar. Okay, unten. Let's go. Das war recht oben, oder? Find your grip! Use your momentum to swing across! Ah, Leertaste. Dass es halt auch nicht da ansteht! Hier! Ich hab er gedrückt! Die ist aber stark. Okay, Leertaste, Leertaste, Leertaste. Leertaste, Leertaste. Leertaste W? Okay! Es wird einem nichts erklärt! Allgemeinwissen. Ah, warte. Mittlere Maustaste? Das ist das, was ich checke. Was ist das jetzt? Ach, beide! Wieso sind wir denn plötzlich jetzt Sherlock Holmes? Ja, das war das Ding. Erst wollte ich Life is Strange machen und dann war es halt auf einmal so Jodie Holmes. Darf ich mir so in Jodie Holmes? Let's go. Ich drück alles fast! WTF? Wenn die Aktion sei, folgen sie Jodys Bewegungen um ihre Aktion... Ah, rechts! Links! Links! Ja, das ist halt echt anstrengend, wenn das meiste aus diesem... Unten! Spiel mit der Maus besteht! Hä? Was? Das ist so zu früh! Fuck! Was war das? Oben! Links! Unten! Okay! Nein! Wir brauchen noch eine Reitfolge! Links! Oben! Rechts! Unten! Wir hatten keinen Tritt! Wir hatten keinen Tritt! Doch, hatten wir! Wo denn? Wir haben aber keinen gerade Bus! Oben! Er war ja auch links gewesen! Links! Was? Was? Nochmal! Oben! Rechts! Unten! Ich war da unten! Die macht mich fertig! Und! Ich hab's gemacht! Ich hab's gemacht! Jetzt, jetzt können wir... Okay! Gerade hinsetzen! Ärmel nach oben! Okay! Nee! Fick dich ins Knie! Unten! Aber jetzt schon Endpost! Ach rechts ist es! Let's start again! Wir hatten rechts noch nicht mehr Kick! Okay! Äh, w- Was ist der Unterschied? Es geht doch nur darum, in welche Richtung es geht! Voll scheißegal was die da macht! Oben! Links! Fuck! Rechts! Unten! Let's start again! Fick dich! Hä? Was will ihr denn, dass ich da mache? Immer in die Richtung der Bewegung! Ja! Hab ich doch! Die Mache... Ey Junge! Rechts! Alter! Warum stört man das mit der Maus, Digga? Ich geh! Weil ich spiel normalerweise mit Controller spielst! Let's start again! Ich hasse dich! Ich hasse dich so! Kann man spielst das Spiel überhaupt nicht mit dem Controller! Okay, warte! Warte! Wir sind normalerweise ein Playstation Spiel gewesen! Okay! Welche... Jetzt musst du halt die Steuerung neu lernen! Wir haben so viel einfacher! Um so viel einfacher! Junge! Die selbe Bewegung, wo ich jetzt mit der Tastatur... Äh... Äh... Mit den... Dinge gemacht habe! Ist mit der Maus zu viel schrecklicher! Warum... Werden wir jetzt... CIA... CSI erkennt? CIA erkennt? Oh... Erfüll Digga! Erfüll Digga! Oh... Wir müssen nicht zielen! Das ist schön! Oh... Verkackt! Cover! Come on! Get out of there! Cover! Fire! Come on! Sei jetzt wieder so ungewohnt mit der fucking Maus, Bruder! Du spielst nicht mit Maus! Äh... Ja... Ohne Maus! Ohne... Ohne Maus! Ein bisschen schlimm, wenn du es nicht mal einfach anzumachst! Ich wusste nicht, dass es geht! Du hast das Spiel ausgesucht! Gut! Gut! Jetzt... Jetzt kommt die Action! Lerne! Wieso, wenn ich jetzt plötzlich wieder lange habe? Ja, das geht natürlich so viel einfacher... Oh mein Gott! Ich hasse mich grad selber! Ohren brauche ich das für die CIA! Ja, die muss er aber bei seinem Kopf robben! Was soll ich berechnen? Wie meine... Wie eine Kugel vier Leute doch schlägt? Genau! Ja, wieso auch nicht! Okay! Oben! Ich weiß nicht, wie ich interagiere mit ihm! Ja, das ist natürlich jetzt dein Fehler! Es ist schon mal nicht eine der vier Haupttasten! Damit dreh ich mich? Der RB? Der RB ist... ... noch... ... unten! Ja, du musst das RB sehen! Jetzt! Ah, ich muss beide hernehmen! Aha! Du musst nicht alle einfach irgendwie wegkippen! Du musst dich einfach da rumkippen! Du musst dich einfach da rumkippen! Der Controller, wie bleh ist! Good! Let's keep going! Ja, jetzt bin ich ready, du Arschloch! I'm ready! I'm more than ready! Ich hab da links gemocht! Oder muss ich mich ducken bei dem Rechtsschlag? Ich hab da links gemocht! Du sollst vielleicht auch lesen, was für Tipps dir da gegeben werden! Ja, ob das vielleicht mal was hilft! Welche Tipps denn?! Hä, jedes Mal, wenn du verkackst, steht doch da ein Text! Hä? Ich weiß nicht! Sehen wir schon dasselbe Spiel? Hallo, Aiden! 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 He's defending me! But we shut it down, Holmes! Now! My controller! I'm in! I'm okay! Explain to you the thing, that this is a training session! He's not supposed to kill anyone! I don't tell him what to do! He's a wild animal, he's not someone's fucking pet! If someone hurts me, he's gonna hurt them! We will continue tomorrow! War ich mit dem Typen nicht vorher in Folge 2 in Saudi-Arabien? Keine Ahnung! Ich freu mich grad selber! Oh yeah! Achso! Ah, wir machen das auch mal! War das grad sexistisch? Keep up! Keep your feathers down! Wie sprint der ich? Ich glaub ich sprinde nicht. Ja toll, wie interagier ich? Move it, recruit! It's not a fucking Sunday stroll! Einfach nach oben! Junge, das Spiel wird zu viel interaktiver mit dem Controller! Was ist RT? Ah! Ja, wahrscheinlich die Schulter-Taste! Ja, dann A auch noch! Boah, jetzt ist sie schnell genug oder kann sie sein, weil... Oh, Aiden? Ne, sie stirbt grad! Aiden ist sauer! Wollt auch nicht! A, B, X, Aiden wie in... L, B! Ah ja, L, B! Oh Gott! Bide in die Mitte ist mit Maus Einfuhrer! Das ging mit Maus Einfuhrer! Das ging mit Maus Einfuhrer! Ja, leg mich doch am Arsch! Das ist eine Trainings-Einheit, die ich hier nicht packen! Ja, das war so. Haha! Das ist das Ding, wir sind jetzt bei 24 Minuten, ne? Mhm. Der erinnert mich so an einem Schauspieler aus Iron Man, Digga. Mach mich fertig. Oh, ich darf alle erschießen, ne? Let's go, Kollateralschäden hier. Wie aktiviere ich... Ah. Ja, wahrscheinlich mit dem Fass sind es zurecht. Abkünken. Ich dachte, sie spielen einfach tot, aber okay. Okay, okay, ich bin so weit weg. Mein Controller geht amok. Ich bin so weit weg. Die nicht wissen, was abgeht. Es ist eine dunk... Es ist eine leere Lagerhalle, als ob dir nicht... Der andere... Es ist ein Tränen! Ja, trotzdem. Ich kann sich ein bisschen anstrengen. Huh! Ja. Erinnert mich auch. Ha ha ha, Aiden! Viel Spaß! Boah, Junge, die Augen! Boah, mein Controller! Haben wir den Köln umgebracht? Nee, Aiden macht's so was nicht. Ah! Ah! Not bad, Jodie. But if this wasn't an exercise, you'd be dead by now. If this wasn't an exercise, you wouldn't even be able to open your big mouth, Ryan. Ha ha ha, geil! Congratulations, Operator Holmes. You made it. Welcome to the agency. Junge, in dem Moment, als wir mit dem in Saudi-Arabien waren, waren wir fast genauso groß wie er. Wie jung blieb der denn? Willkommen bei den agents. Great job, Jodie! Congratulations! Ha ha ha, shop ls.com.meu vorbei. Shop uns auf Twitch-Kanal vorbei. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!